Hallo Leute, was geht denn? Herzlich unser neues Video, Leute. Ich habe heute tatsächlich frei. Wieso? Ja, unser Dorf, unser Kanton hat heute ein kleiner Feiertag, glaube ich. Ist das? Also unser Kanton, unsere Region ist einfach krass. Ist einfach Luxus. Da haben wir einfach frei heute. Aber wir hatten vor zwei Tagen Schule und heute am Dienstag haben wir wieder frei. Das ist nice. Aber morgen haben wir dann wieder Schule. Ja, aber Leute, ich werde heute nur zwei Videos machen. Das hier und dann am Nachmittag werde ich noch ein Video machen. Äh, und da könnt ihr, also, ich werde, ich werde, muss wahrscheinlich, das Video wird wahrscheinlich nicht so spannend sein, wie, äh, ja, das wird zu gestern. Weil ich habe gestern ja ein Video gemacht von den Hintergrundtönen, weil was für einen sich nehmen sollen. Weil die Kommentare deaktiviert waren, habe ich mich in diesem Video am Nachmittag was Neues ausgedacht. Also schaut euch diese beiden Videos unbedingt an. Dieses hier natürlich auch das andere. Leute, aber ich kann jetzt leider, ich muss das euch schon sagen, ich kann leider nicht so viel Videos machen. Also in den nächsten Tagen, wahrscheinlich am Wochenende, habe ich vielleicht noch Zeit, ein bisschen Videos zu machen. Aber auch nicht so viele, weil ich bin jetzt schon in der sechsten Klasse und dort habe ich halt auch viele Hausaufgaben. Ich weiß, ich klinge wie, also ich bin, ich weiß, ich bin ein Sechstklässler, bin 13 Jahre alt, ich klinge wie ein Fünfjähriger, ich weiß. Aber ich bin tatsächlich ein 13-Jähriger aus der sechsten Klasse. Ähm, und Leute, wir haben heute am Freitag einen NMG-Test zur Erklärung, was das ist. Das ist sozusagen, äh, ihr kennt da zum Beispiel Geografie, Chemie und Biologie. Ab der ersten bis zur sechsten Klasse ist das alles ein NMG-Test drin. Also Geografie, Chemie, Biologie und so weiter sind in NMG alle miteinander drin. Also es sind alle, ähm, es ist ein Fach sozusagen. In NMG ist Geografie einfach nur, ist kein Fach, sondern einfach, ja. Und wenn, ab der von der siebten bis zur neun, dass, wenn man in der Oberstufe kommt, dann ist man eben, ja, dann ist man eben in der, wie heißt das, in der, dann hat man eben nicht mehr NMG, da ist das NMG weg. Stattdessen hat man Geografie, Biologie, Chemie und so weiter. Alles, was man im NMG hatte, ist dann alles getrennt. Also ist dann Geografie, Chemie und Biologie und so weiter. Was im NMG war, ist ja dann ein getrenntes Fach. Ja, und ich freue mich eben schon ein bisschen auf die Oberstufe wegen Geografie, weil ich bin, ich liebe Geografie. Das merkt man vielleicht auch an, dass ich so gerne Zug fahre, deswegen mag ich auch so gerne Geografie. Ich mag gerne Züge und auch gerne Geografie. Die Geografie ist eigentlich wahrscheinlich, ob der O ist mein Lieblingsklass, also ob der Oberstufe ist wahrscheinlich mein Lieblingsklass. Mein Lieblingsfach, mein Zeitsamtliebungsfach wird dann Sport, dann kommt Mathe und dann als Hassfach kommt Französisch. Leute, jeder Schweizer hasst Französisch. Ich glaube, ihr Deutscher hasst das auch. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das für mal wieder ein langes Video, alles geplant. Bis zum nächsten Mal und ciao!